willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge letztlich der klärschaft ganz mit mir dem torsten und ich bin heute auf meinem rathaus zwölf ist relativ unverändert pötte voll pötte voll pötte voll liga ja wieder nicht geschafft leider wieder nicht geschafft beziehungsweise wir haben den aufstieg ich will nicht sagen mal wieder verpasst oder so sondern wir haben hier schon richtig cool gekämpft kann man nicht anders sagen ich habe das abgeliefert was ich abliefer ich bin so einer der greift immer ganz ganz spät an vista so so nach dem motto ich nehme mal das was noch übrig ist und dann muss ich vielleicht nur zwei sterne machen oder so oder kann auch verkacken nein ganz so schlimm ist es nicht kann mich immer ganz ganz schlecht entscheiden was mache ich eigentlich wie mache ich was und wann mache ich vor allen dingen beziehungsweise wann mache ich meinen angriff mache ich ihn erst morgens nachmittags meinen dann doch eher abends weil ich dann am meisten ruhe habe und deswegen gehen wir ruhig mal rein in die liga würde ich sagen wir haben ja eigentlich ganz stabil gespielt 1 2 3 siege zweimal verloren und wir haben wir haben leider verloren gegen die die moment bocksspieler bocksspieler gegner waren hier englisch elite und dream factory also die beiden haben wir richtig schwere gruppe erwischt das seht ihr auch wie wie eng das hier beieinander ist dritter vierter er fünfter ist auch noch nicht weit weg je nachdem wie weit die angegriffen haben und ist schon eine knackige geschichte also hier nur erster zu werden ist echt schwierig wir versuchen es ja mittlerweile seit monaten und in diesem klang krieg hier war ich auch mal wieder mit dabei ich glaube bei dem hier war ich nur krieg zuschauer ich bin glaube ich immer hier oben gelistet ja hier war ich krieg zuschauer und ich glaube auch in dem war ich glaube ich auch zuschauer kann das sein an der jeweiligen zuschauer dann war ich hier vorne irgendwo noch mal zuschauer also ich habe zwei stück glaube ich auch ausgesetzt und auch hier ist es wieder ganz 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 enger denn die einsteller die einsteller hören hier nicht auf und wir haben aber auch ein dreisteller dabei also irgendwo machen wir das dann ja das ist auch echt merkwürdig ich spiele schon stundenlang gerade am emulator unternehmer eine folge nach der nächsten auf und plötzlich kommt google play spiele wieder hoch und will wissen wie bist du den toto clasht kollege und naja sei es drum wie hat er das hier gemacht mit einem hock rider fest ok also erstmal kein kleines ks mit sprung zauber ist soll also ein bisschen tiefer in die base gehen mindestens bis zur queen da seht ihr den sprung da kommt er schon rein und der das rathaus ist jetzt schon mal geschichte schöne schön den worten gezündet hier und ich denke mal außen geht noch ein pecker lang ok der macht erstmal ein bisschen clean up noch ein bisschen außen und zieht vielleicht die eine oder andere def noch auf sich und ich kann mir vorstellen da ich auch hier heute noch keine angriffe gesehen habe ok er kommt von der seite ich hätte jetzt etwas mehr erwartet dass er von einer anderen seite kommt aber er kommt jetzt von der seite das heißt er lässt die hocks jetzt hier auch die hock rider auch tanken und hat jetzt hier schon die ersten skill ist glaube ich an der hacken gehabt aber hat jetzt auch gar nicht mehr so viel die fans denn queen ist noch dabei da ist noch multi inferno und die queen hilft ganz ganz brav den hockrider hier muss gleich allerdings auch durch eine mauer das heißt dann sind die hocks wieder auf sich alleine gestellt aber sie sind schön in der worten auch einer worten auch ihr also ihr seht so ein bisschen den kreis dort haben die treffer oder haben die hockrider etwas mehr treffer punkte je nachdem wie weiter worden ausgebaut ist aber beim 40er worten hier sind das schon einiges wasser am prozent dazukommt müsste jetzt lügen wie viel sind deswegen nenne ich mal lieber keine zahlen bevor wieder einer schreibt dort keine ahnung alles habe ich halt auch nicht im kopf und dann lohnt sich das schon dass die alle in in der wortenaura sind jetzt geht sie den skelly sonne an der hacken ok und dann ist das hier auch gewesen also schönes ding hier vom tschak aber wie gesagt die einsterner hier die die holen uns dann auch schnell wieder auf den auf dem boden der tatsachen das zieht einen dann wieder so ein bisschen in der liga runter und aber aber gut gemacht hier und die drei sterne sind dann auch unheimlich wichtig gegner hat aber auch schon gefehlt gegner hat auch schon 22 fehlangriffe habe ich jetzt hier gesehen wir haben noch drei angriffe über der gegner noch fünf und ein drei sterne und der gegner hat auch schon zwei einsterne aber noch kein drei sterne also auch die sind dann von den einstellen nicht nicht ganz befreit und ist auch wirklich nicht einfach ist bock schwer diese liga champ 2 und champ 1 wird dann auch nicht einfacher sein ist seitdem du kriegst man eine ganz leichte gruppe aber ich glaube so leichte gruppen hier bei champ 3 2 und 1 das wird es nicht wirklich geben kann ich mir nicht vorstellen und mal sehen was der juli hier vor hatte ja auch schon mal außen hat er schon mal troll tesla aufgedeckt jetzt geht sie mit elektrone denke ich mal erst mal rein jawohl da kommt der klon zauber und das sind geklonte los und ein elektro drachen mal sehen ob der noch ein bisschen was mitnehmen kann ja kann er kann auf jeden fall ein bisschen was mitnehmen hat auch schon die gegnerische die cb hat er nicht ganz erwischt aber die gegnerische queen hat er erwischt okay das ist jetzt nicht ganz so schlimm dass sound jetzt ein skelett steht oder 33 sind okay und jetzt wird hier weiter gefahren und den rest wollte er dann mit luft machen also mit dem lalon part und oder lalon part heißt es ja und dann gucken wir mal von wo er hier kommt ich denke mal jetzt hier über diese defense hier richtung rathaus soll es gleich weitergehen aber er hatte natürlich noch noch adlerbeschuss und die beiden fäger stehen ja vielleicht kommt auch jetzt von dieser von dieser seite hier rein mal sehen er hat jetzt noch 123 luftabwehren zu machen also eine luftabwehr hat er gepackt es kommt natürlich der nervige eisgolem mit dazu und den auf den gehen jetzt erst mal beide helden obwohl der king schon auf den bogenschützentrum gefeuert hat oder geschlagen hat und jetzt geht er da auch wieder hin zündet einmal gezündet jetzt ist noch zwei luftabwehren mal sehen 131 wann der party jetzt beginnt vielleicht war es auch nur ein time fail denn wie gesagt ich habe ja noch selber noch gar nichts gesehen muss ja selber noch angreifen kommt ihr jetzt hat jetzt den weiten weg für die hunde und für für die loons worden aura wo da eigentlich bis bisher wunder wunderbar hier aber die loons sind jetzt erstmal so langsam aber ich denke er will jetzt auch nicht unbedingt außen schon einen eil zauber setzen sondern die will er natürlich in der base haben und der adler muss unbedingt weg aber das passing der loons passt hier moment mal mal so richtig gar nicht denn die lassen erst mal erst mal richtig schön den adler hier stehen und kümmern sich erst mal aufs rathaus okay kann man ja sagen hat er glück gehabt aber ich denke mal wenn der nervige adler jetzt nicht die ganze zeit schießt und die loons dort über den adler abpacken den auch nicht ganz da bleibt da mit so ein paar treffer punkten noch stehen und außen ist schon mal reichlich cleaner mit drin tesla fahren jetzt um den bogenschützenturm das ist natürlich noch mal eine echte hausnummer wenn du hier nichts mehr hast nur noch so ein paar loons die da so ein bisschen rum dümpeln okay so kommen die prozente dann hier irgendwie so zusammen aber wir schauen in jedem fall immer so ein bisschen nach vorne und motivieren uns auch gegenseitig auch meine motivation wächst ja wieder von stunde zu stunde so ist es ja nicht auch wenn ich jetzt so ein bisschen am stück abgedreht habe das ist dass das seht ihr spätestens dann wenn ihr die folge von gestern noch mal schaut oder überhaupt die folge von gestern schaut denn ich bin einfach mal sitzen geblieben meistens nämlich sonntags zwei folgen auf nämlich für den montag und für den dienstag weil die ersten tage sind dann immer sehr stressig und dann kommen komme ich da nicht zu oder kommen dann eher sehr sehr spät dazu und um den so ein bisschen vorzubeugen sage ich mir immer dass ich am sonntag einfach zwei zwei sachen aufnehme und habe dann erst mal montags einen ganz chilligen tag kann also dann vielleicht auch in live stream reingehen oder so oder was auch immer und muss nicht noch jetzt an den nächsten tag denken an den dienstag denn ich will mich mal wieder so ein bisschen daran gewöhnen dass jetzt wirklich wieder die fünf tage in der woche ein video von clash of clans kommt sicherlich auch mal wieder aus den anderen rathäusern es gibt auch ein zwei drei rathäuser die habe ich die ganze zeit hier gar überhaupt nicht angefasst habe mit denen nichts gemacht haben die weder weder pass gespielt noch eingeloggt noch meine min und sammler teilweise sogar nicht nicht mal geholt das will ich jetzt heute abend mal ein bisschen nachholen und der ist aber noch nicht ich dachte gerade das wäre eine kleine kanone da habe ich nämlich die tage auch gesehen und wie wollte der fritzi das hier noch eine der martin das noch weitermachen mit hog rider und gegnerische queen noch mal gefrostet ist jetzt aber auch schon weg und jetzt denke ich mal müssen da noch jetzt kommt er von der seite oder so nicht schlecht donnerwetter von der seite jetzt noch mit den mit den hocks hier rein und die queen ist immer noch nicht am rathaus da der sprung zauber war suboptimal so viel ich das mal sagen ich weiß es ist ein ganz ganz blödes wort aber ein bisschen ist die queen auch in heilung und die hocks hier sind jetzt auf dem weg richtung rathaus die queen hat rathaus aber schon anfokussiert hat es auch ausgelöst und schafft die queen das ja die queen schafft in jedem fall ganz ganz knapp das rathaus und so dass danach nicht noch ein hock hin muss oder doch sie schafft es aber mal echt echt mal gerade so da noch eine riesenbombe donnerwetter das war ja ja das da war holland in not jetzt ist die queen nämlich auch geschichte außen hier auch wieder tesla fahren fast 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 wie eben um einen oder in der nähe von einem bogenschützentümer aber jetzt mit den nervigen king mal sehen wie weit der king mal wieder seine seine area verlässt jetzt geht er wieder rein okay denn der ist ja manchmal ganz ganz komisch der hat da eigentlich seine area ihr seht jetzt den kreis ich habe da gerade mal die platte markiert und trotzdem rennt er da grundsätzlich raus da ist er jetzt schon raus ja da ist er schon raus jetzt rennt er aber auch wieder rein aber oftmals ist ja so dass das der einem die durch die ganze base verfolgt obwohl er gar nicht so eine große platte hat die so eine große range hat und jetzt werden die letzten prozent hier noch geholt aber ich denke mal ganz gut gemacht hier zwei stabile sterne die hätte ich auch immer gern geholt mal sehen ich war auch schon mal nah mit 88 prozent bei einem drei sterner dran ich glaube das war hier ganz ganz vorne gleich den ersten den ersten ck da musste ich hier relativ weit oben ran ich muss mal eben schauen oder war das er in der mitte don betta martin vita fritzi spready torsten das haben wir da geschafft 88 prozent gar nicht mal so schlecht für also für mich jetzt und auch mit rockrider und unterstützt wurde ich dort von einem ballon also von einem felsenwerfer ja kann ich ruhig mal zeigen angeformiert ist also sowieso eher eher selten weil sie sind dann auch nicht so spektakulär als dass man jetzt sagen kann ein storzen hat wieder gut gerissen klar wenn es ein drei ständer ist den will ich euch nicht vorenthalten aber auch denke ich mal die 88 prozent hier sind für mich jetzt nicht schlecht ich bin casual spieler kann kein pro ich plane ganz ganz wenig der war über discord geplant mit meinen mails und wenn wir das machen eigentlich dann sieht so ein sie zum klaren kriegstag eigentlich immer ein bisschen besser aus als das so wie ich das jetzt im moment mache ich glaube meinen letzten angriff schuldigt hatte ich morgens gemacht da ist natürlich kaum jemand in discord und ich wusste aber was ich wo machen sollte dann ist da meistens irgendwo eine markierung toto macht man angriff zwei sterne 70 prozent mindestens oder sowas und dann kann ich das natürlich so ein bisschen plan mit e drachen oder was auch immer in der mitte ist immer noch ist übrigens immer noch meine queen und außen jetzt schon mal mit dem king so ein bisschen wieder einen kleinen funnel für die für die hockrider genommen denn die sollten mir natürlich das radhaus holen ich muss jetzt auch mal ein bisschen näher rein wie gut oder wie schlecht ich eigentlich den worten am radhaus gezogen habe aber queen ist noch da queen ist noch da zeitproblem habe ich jetzt noch nicht noch mal die queen hier in vollstoff genommen also noch mal in in die wut und die muss jetzt eigentlich nur noch die gegnerische queen schaffen aber alles andere ist erstmal wichtiger als die gegnerische queen jetzt kommt die gegnerische queen und jetzt nimmt sich meine ja endlich habe ich habe sie noch mal gefrostet das war noch mal so ein notfrost und hier außen geht es jetzt weiter mit den rockrider also naja die gehen jetzt natürlich leider beide drauf bzw heiler gehen jetzt noch drauf gehen aber noch ein bisschen in heilung und noch eine riesenbombe einmal kurz das radhaus angeschüttelt damit es aktiviert ist und ja 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 war schon fast grenzwertig der worden war grenzwertig glaube ich gerade und mann 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 toto das muss ein bisschen besser werden ich muss auch also das was ich auch eher selten mache ich gehe kaum am tablet mal in mal in die größe rein um mal ein bisschen näher zu checken wie kann ich jetzt noch wo was was setzen damit ich nicht die übersicht verliere außen jetzt schon mal clean abgesetzt ein paar loons hatte ich dabei ärgerlich habe ich ein bisschen spät gemacht die nuns hätte ich ruhig ein bisschen erbringen können und so werden dass sie aber also so sind immerhin nur zwölf prozent übrig geblieben denn die komplette defensive war weg muss man ganz klar so sagen die schaffe ich nämlich noch komplett hier mit meinen hocks und den den loons denn die ballern alle hier schön auf die hocks auch der bogenschützentrum und der x bogen und meine loons können sogar ganz locker bisschen hinterher fliegen dass jetzt war es das aber und die ganzen skellys gehen jetzt glaube ich außen auf mein clean up und den schaffe ich auch noch also es hat eigentlich nur also nennen wir es mal time fail nennen wir es mal time fail könnt ihr nennen wir wollt uns in ihr angriff oder time fail aber ich glaube es war eher ein time fail und schade auch oder halt ein bisschen mehr clean up noch mit einplan denn hier das waren ja jetzt alles ja klar sind tote gebäude der king wäre es noch mal ein bisschen bisschen knackiger gewesen das hätten jetzt die loons machen müssen aber ich glaube so mit den 88 prozent kann ich im moment ganz gut leben und sieht auf jeden fall ganz gut aus ich glaube hier kriege ich im moment auch live nix rein und warum ist eigentlich ein einsterner ein einsterner warum ist ein einsterner einsterner gucken wir mal eine box base eine box base naja ja das ist eigentlich eigentlich das gefundenes fressen für den mini denn ich will jetzt nicht sagen dass das eine base ist die wir noch nie angegriffen haben oder so aber auch hier sollte sicherlich adler weg weggehen und beziehungsweise der adler hier rausgenommen werden x-bogen schon mal und dann richtung der queen hier weiter mal sehen wie er das gerissen hat der funnel war schon mal in ordnung glaube ich so sollte glaube ich auch gefandelt werden die karre hat jetzt erstmal überhaupt kein beschuss hier bekommt jetzt gleich den ersten beschuss vom vom tesla dort und noch ein noch ein nun mit hinterher gesetzt und jetzt kommen die helden und die helden gehen auch also die queen kommt jetzt erstmal ein ok hat das nur mit nur mit queenie gemacht hier queen und heiler allerdings die heiler heilen heilen die die heilen die heiler eigentlich auch das fahrzeug ich weiß es kann ich glaube nicht oder ich glaube nicht die jetzt kriegt die queen aber auch schon den ersten beschuss und die karre geht die karre ist nicht ganz nicht ganz durchgekommen aber die gegnerische queen ist denen schon mal entgegen gekommen was grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist und da kommen jetzt die ganzen welpen raus da hat er jetzt auch nichts anderes mehr für als dass er die queen einmal zündet da waren eisgulie und der eisgulie geht noch mal hoch die gegnerische queen ist aber jetzt auch geschichte und da sind noch mal ganz 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 viele welpen in der mitte gewesen weil da kein war dann gifft drauf ich weiß es gar nicht ich weiß gar nicht ob da jetzt ein gifft drauf war aber die queen hat in jedem fall noch mal gepackt und er müsste jetzt eigentlich über diese seite mit den tunnelgräbern kommen ja macht er auch macht er auch über diese seite also er geht nicht über die rathausseite und dann haben die es sicherlich glaube ich dann doch nicht richtung rathaus gepackt das passing war aber eigentlich gar nicht schlecht der weg war frei und gegnerisch oder die queen ist allerdings jetzt weg stumm jetzt gehen die natürlich erstmal richtung gegnerische queen und haben jetzt auch der worden hat die heilung sehr die schwenken jetzt aber so ein bisschen die heiler schwenken jetzt gerade aber jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr richtung rathaus gehen oder aber das rathaus aber es wäre schön wenn er jetzt eine kleine falle wäre denn so eine kleine skelly falle zieht auch dann in meiner richtung rathaus aber die machen jetzt stück für stück erstmal außen außen weg und gehen dann ja die gehen einfach nicht mehr rein so ist so so muss man es fast sagen denn alles ist viel viel näher dran als im moment das rathaus schade eigentlich cool geplanter angriff denke ich mal von mini aber wenn die erst mal so unterwegs sind da kann es auch die ganze base räum und da hast du wahrscheinlich nur noch am ende einen einzigen meiner der dann irgendwo richtung rathaus sich vorbuddelt und aber hier war es dann auch noch mal ein bisschen zu viel ein wenig zu viel anschauen vielleicht hat er dann doch über die sichere seite gehen gehen sollen nachdem der king hier den fahne gemacht hat aber hätte hätte fahrradschlauch wissen wir alle alle anderen wissen es besser nur der angreifer wusste es in dem moment nicht ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen also hier wir werden hier in jedem fall nicht absteigen und auch nicht aufsteigen muss man fairerweise so sagen denn ich glaube wir haben jetzt auch hier noch ein ck vor uns das ist gegen karak sank so heißen die und die sind im moment ganz ganz auf augenhöhe mit uns das wird auch noch mal eine richtig spannende sache finde ich auch ganz gut also champ 2 ist schon ist schon anspruchvoll der champ 1 ist sicherlich noch mal noch mal eine ecke noch mal eine ecke hochgeschraubt aber wir geben unseren traum nicht auf irgendwann mal in champion 1 zu spielen ich hoffe die folge hat hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lass mal am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen da 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 ist immer die glocke und dann sehen wir uns in weiteren folgen mit mir dem torsen man schmieden kreischt auf renz bis dahin gott und hoch kreischt